Herzlich Willkommen zurück bei Rocket League! Mit dabei ist der Benni! Moin! Wir haben eine neue Map, deswegen haben wir uns hier zusammengefunden alle. Alle beide zusammen? Krass! Ich hoffe auch, dass die Gegner auch noch Bock haben mitzumachen. Dann wird wieder mit zwei Bots aufgefüllt hier. Ja, nee, den Tusk. Ach, das sind Bots. Das sind Bots! Ja, wundert euch nicht über das Auto. Man kann, Benni hat mir das verraten, random sein Auto generieren. Mit den Sachen, die man so freigespielt hat. Das habe ich gemacht. Das war voll super. Oh, ich fliege hier eine halbe Stunde hinterher. Ja, okay. Okay, so eine Arena, die ist die, also das gibt es jetzt, bewusst gibt es zwei neue Maps. Die eine hatten wir vorhin schon. Jetzt haben wir noch ein paar Runden gemacht. Jetzt gab es die Map endlich. Schade. Hä? Hä? Stimmt der mit euch nicht? Hä? Was habt ihr denn alle bekloppt? So. Äh, wir spielen nach wie vor Rumble, ne? Wie man das hier unschwer erkennen kann. Au. Da haben wir auch ein Tor. Und der Bot macht das Tor. Das ist ja richtig beschämend. Der letzte Bot, den wir hatten, der hat ganze 40 Punkte im ganzen Spiel gemacht. Ja, und der hat jetzt schon mal 150. Ja. Ich habe 0. Ich bin ja auch noch hier am Erklären und da erzählen. Daran liegt es meistens. Nicht mal die 10 Punkte kriege ich hier. Da hat er sie doch. Wofür? Du hast was kaputt gemacht. Ja, aber dafür kriege ich doch keine Punkte. Ach, gibt es nicht? Nein. Ich dachte, das ist ja langweilig. Ja. Sonst würde ich das die ganze Zeit tun. Ja. Zero Rainbow Six zu spotten. Das machst du ja auch nie. Manchmal schon, wenn ich einen Punkt brauche. Hm. So. Der kickt mich weg. Ja, wenn ich hier nur gemobbt werde, Alter, dann ist das kein Wunder. So. Das sind zum Mobben. Mit Effee hier. Der wird schon wieder weggetreten. Immer wenn ich am Ball bin, wird ich weggetreten. Ja. Die haben die Gefahr erkannt. Ja. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Jetzt kriege ich hier wieder einen dicken Boost. Ach, gar nicht so einfach. Das tut das weh. Na, na. Bei voller Fahrt. Ähm. Hi. Was machst du? Oh, Alter. Was hast du gemacht? Ich musste das alles voll kompensieren und so. Nice. Ich habe nichts gemacht. Ich mache das hier gerade, wie du siehst. Bist du nicht gegen mich gefahren? Äh, nein. Nee. Ähm. Nein. Au. Nee. Das sehe ich so nicht ein. Das ist, nö. Bösartige Unterstellung ist Tor? Nö. Habe ich inzwischen mal einen Punkt. Ja, 70 Punkte. Nice. Boah. Das ist eine scheiße, ey. Wie läuft denn das hier eigentlich mit dem Mittelfeldpass und sowas? Das könnte ein bisschen schwieriger sein, oder? Da brauchst du ja nur gegen fahren. Meinst du nicht? Nee. Keine Ahnung. Boah, der eine ist gegangen einfach. Ah, nee. Das war der Bot. Okay, er wurde ausgetauscht. Sind die jetzt mit richtigen Menschen am Spiel? Ja, sofort kassiert. Naja, 1-1. Ist noch keine Niederlage hier, ne? Keine Ingehalt-Jage. 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 Ja, ist richtig verwirrend, Alter. Wenn du dich da mal drehst, dann hast du voll verkackt. Ja. Zwanzig mal dreht die Kamera hin und her. So, so langsam bekomme ich ein bisschen was zustande, zumindest. Berühr schon mal ein, zweimal den Ball. Oh, er wird dann mit Magneten weggeschnappt. War aber deiner, ne? Ja. Fuck. Ist das so ein Oktagon, oder was hier? Ja. Sieht sehr danach aus, ja. Oh. Boah, den hab ich gerettet. Und ich hole den Gegner zu uns. Schön. Das ist doch toll. Er hat mich mit dem geportet, der stand bei sich hinten vor. Boah. Hab ich gerettet, Alter. Hab ich noch mal gerettet, Alter, Oslo. Ich rette mit. Das ist hier die Wasteland-Map, ekelhaft. Ja, sie ist ein bisschen scheiße, die Map, ne? Ja, die andere hat mir besser gefallen. Ja, die andere war richtig gut. Der haben wir auch, glaub ich, 7-1 gewonnen, oder so? Ja, gegen Batman. Angeblich. Na, der hat sich halt einer ausgegeben, irgendwie. Ich weiß noch. Ich mein, da hätte ich angeblich, dass wir so gewonnen haben. Das glaubt uns doch keiner. Da gibt's komischerweise keine Aufnahme zu. Nee. Da waren wir beide noch nackt und miteinander beschäftigt. Ja. Was? Was? Ja, schon richtig. Ähm, wir haben einen Mate, ne? Ja, macht nichts. Ich hab einen gegen den Hamptor. Oh. Du machst nur die wichtigen Tore, ne? Den Ausgleich, das ist immer wichtig, ne? Ja. Ich regel das immer so. Ich fang langsam an zu schwitzen. Oh. Ziehen wir mehr. So wie vorhin. Ich meine, weil unser neuer Mate schon fast so viele Punkte hat wie ich. Ja, dann musst du mal an dir arbeiten, Mensch. Der Supermuster. Ja, ich krieg hier auch nur Scheiße. Oh, jetzt aber. Das ist die Abkürzung für Musterfalls. Der Supermuster. Ihre Klamotten haben ein Supermuster. Oh, ne. Boah. Mann! Mama! Der eine hat mich hier die ganze Zeit in seinem scheiß Tornado gefangen. Jetzt gibt's Rache. Rache ist Tornado. Du bist so Tornado. Ich benutzt grad Tornado, ne? Aber ich komm leider nicht in die Nähe des Balls. Mist. Stachelpower! Oh. Da hat ein Millimeter gefehlt. Oh! Oh. Wie ist das eigentlich, wenn du den auf dem Stachel hast und dann einfach weiterfahren würdest, das würde die Eins einfach stehen bleiben, weil du hast ja keine Bodenberührung noch mehr. Äh, war doch glaub ich gerade, ne? Ich hab doch glaub ich den Boden gar nicht berührt, oder? Weiß ich nicht. Oh. Boah. Nein! Ich dachte der wird noch gecatcht. Naja gut. Kleine Niederlage. Toll! Die ich scheiße finde. Ja, die ist nicht so schön. Ne, das ist zu offen. Also die andere macht mehr Bock. Aber die sehen wir dann auch, denk ich mal irgendwann. In der nächsten Aufnahme. Oder vielleicht sogar noch hier hinten dran. Wer weiß es. Wer weiß es. Wer weiß es schon. Lasst euch überraschen. Macht's gut. Ciao. 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 Ciao.